Hey, Donnett und YouTube. Zurück bei dem ekelhaften Typen. What? Gib mir ein. Ich denke, du kannst du bleiben. Du bist nicht der Bord, Herr Herr? Oh, Ethan! Nein! Was hast du gemacht? Aber ich will nicht der Bord, Herr Herr Herr. Es ist zu viel Probleme. Was ist der Bord? Ethan! Mein Herr Herr! Oh nein! Oh nein! Ich wusste, du wärst die Neue im Moment. Ich denke, wir haben zu verstehen. Ethan! Wow! Ich fühle mich besser über all das. Aber die Forrester müssen auf ihren Ende der Bargäine halten. Stop! Brian! Geh das Kind als deine Worte. Nein! Kill ihn, wenn sie dir keine Probleme geben. Brian! Nein! Ich werde ihn dir schnell. Hast du das für dich selbst gebracht? Männer! Oh nein! Ich werde ihn nicht! Ich werde ihn nicht! Nein! Hilfe! 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 Wow, okay, damit du... Okay, okay. What? Was ist das? Oh, komm, Sean! Nein! Das war mir nicht mehr. Das war mein Leben. Er wird erinnert, wie Ethan der Brave. Das Haus führt... A Leader! Lord Ethan hat mich genannt, Sentinel. Ich werde diese Haus führen. Meine Frau hat gesagt, dass Sie die Loyalität zu ihr, und Sie hat es gemacht, ohne flinching. Wir können sie nicht verletzen, Ryan, auch. Wir müssen sie verletzen. Wir sind nicht allein. Es gibt diejenigen, die wir für uns kämpfen. Diejenigen, die die House Forrester über alle anderen Loyalte. Those who will not stop until Ethan is avenged, until Ryan is home again, our house will not fall. We will be ready. Nothing comes without a cost, my lady. Are you prepared for what might happen? Holy Shabernack. 75% State with Bowen, das ist am Anfang, okay. 61% Loyalty. 24% nur. Okay. Und nur 34%. Okay. Und, ähm, 44% Renegreator, okay. Na, das sind wenigstens mal ganz andere Entscheidungen. Denen niemand gerechnet hat. Ah, die kennen wir. Maximize Joint, no thank you. Ah, okay. Das war's Episode 1. Wer ist? Ist das der Junge, der dann erwachsen wird? Könnte das... Oder verwechsle ich gerade? Okay, das wird der Typ, den werden wir noch sehen. Dann haben wir hier noch den Codex. Also die... Charaktere, okay. Ach, Ashes ist das, okay. Das ist Ashes, okay. Okay, gut, 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 gut. Sehr riefen. All right. Also, das waren wieder die... Choices. Okay, sechs Episoden gibt's. Oh, Mann, da könnte ich mir was anhören können, du. Warum, warum? Also, das ist Leadership. Das ist Leadership. Kann nicht jeder machen, was er will. Und... Wow, okay. Also, damit hätte ich jetzt... Überhaupt nicht gerechnet... Dass dir hier ein... Kind... Erborden. So, aus dem... Nichts. Ähm... Wir sehen uns dann bei Episode 2 wieder. Coming soon. Macht's gut. Tschüss.